Das fühle ich. Das wird aber, äh, also erstmal, erstmal machen wir Vollbild und ich glaube, da muss man ein bisschen runterstellen, wahrscheinlich, weil er ja wieder ein bisschen lautstark ist. Okay, das ist gut, noch, das ist okay, das ist, wie das eine Video, wo er sich umdreht, in die Kamera lächelt und dann komplett ausrastet. Hat er gesagt, wo ist denn mein Rage hin? Das ergibt ja gar keinen, das ergibt ja keinen Null Sinn, okay. ...viel Spaß haben, aber ich bin hier so krass im Nachteil, weil jeder, jeder Hurensturmgewehr spielt und geradeaus pre-aimt. Warum auch nicht? ...fassenden 7000 Euro AMD-Nasa-PC und das Game wagt es zu ruckeln! Es wagt es zu ruckeln! Meine Güte noch eins. Oh, das ist ja echt ein geiles... Moment mal, ist das Call of Duty 4? Das habe ich doch erst durchgezogen. Jetzt hätte ich fast selber einen Versprecher gehabt, verdammt! Oh, nein, oh, 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 wow, Activision, ihr seid es einfach! Niemand weiß, ne? Ah! Oh! Schau mal, wie ein Dully, macht das schon deine Hurenmutter, wenn ich sie in den Aschbeck... ...ist das MW2? Ja! Ja, okay. Ja, wer, wo ich bin, ist auf Geist, ihr Scheiß-Noten! Und? Ja, hier! Alter, Froggy-Mann, geht dir? Ist dir noch gut, oder was? So langweilig, der... Bro, warum? Hä, hab ich jetzt gemutet aus Versehen? Hä, wieso ist denn der Ton weg? Äh... Okay. Also du wirst immer von irgendeinem Schwanz! 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 Von hinten abgeschossen! Von einem Schwanz! Verdammten Schwanz! Das hat das Spiel so an sich. Genau wie das. Du hast mich wieder geschaut! What?! Mann! Du bist du eine schwitzende Scheiß-Notensau, du! Wollt ihr mit der P90, kann man nochmal so reingehen? Niemand kennt dich, Mann! Fünf Klicks auf Viking-TikTok, Mann! Sogar meine Scheiß-Oma hat mehr Klicks, Mann! Und du Snap-Dash-Fordammter-Müll-Eimer, du! So, du! Ich werd deine Scheiß-Mutter ficken! Ja, im Deutschen ist Dully. Das ist jetzt eigentlich so die Frage, auch wenn ich sowas sag, äh, oder schimpfe, weil bei YouTube auch immer dann gemutet werden oder dieser Delphine-Sound ist, ne? Oh Mann, das ist so nervig, ich geh raus, weil du ein U***** bist! Oft fett schlafen wir das. Du verdammte Schlampe! Ah, Mann! Vergiss den Fuffi nicht, Bruder. Ist das Elden Ring? Oder irgendwie so ein Souls-Ding, ne? Das ist so krass, dass sie mich holen, da. Oh, im Bus, Digger! Freddy, komm Bus bauen! Oh, wieder aus dem Fenster, wo seine fette Mutter rauslegt, wenn ich vorbeikomme. Für den scheiß Blautjob! Weil siehst du dich, die fette Sau nie! Sie wickt raus. Du H*****, so, und er kämpft an das ganze Spiel! Du hast zwölf Kills, du Ballanbieger! Deine scheiß H***** Mutter hab ich gefickt und eben bei zwölf Kills gemacht! Du Ballanbieger! Ich hab da so einen Fleck am Sack, muss ich mir Sorgen machen? Was fragst du besser, deinen Arzt oder deine vernuttete H***** Mutter, die durchs Schlüsselloch schreien spät, wenn du duschen gehst, du passt! Ja, also so extrem beleidigt man jetzt auch nicht, egal, was einer so im Chat oder als Text to Speech macht. Ach! Ach! Mann! Ach! Braus, Bruder, das ist mir, das ist mir wirklich zu doof! Deine Cam ist ja teilweise vor seiner Cam! Du und deine Hu- Da waser Lust-Schwänze in der scheiß Uhr- Die Kölle du! Also jetzt beim, äh, livestream beim angucken! Where's idlich alles? ich hab den schon leise gestellt das ist für mucke im hintergrund ich raste ja auch manchmal aus ja aber das ist schon das ist das ist nicht normal auch mal gespielt aber nicht meins das war glaube ich der clip der wäsche erst lacht oder sein ausgasse das ist gut dieses dämliche rumgesnipe man das fühle ich kann man ein für zwei wochen time outen oder bahn oder so weiß ich gar nicht nur komplett bei time out wenn man das so öfter man das machen so länger ist die zeit glaube ich oder sein konto leer ist glaube ich nicht man kann festlegen stimmt ja da war was ein kleines fenster kommt dann stimmt an des dauerabend das ist klar mit glatze mit glatze ja das video was dann jetzt noch gepostet ist jetzt auch zu ende aber ich muss ganz ehrlich sagen ich gucke ich gucke mich bei den typen nicht an weil entweder hat er komplett geistesgang einer klatsche wieder rumschreit und ausrastet oder er macht einfach für die kenne ich weiß es nicht wer sind wer sind wer ist wer können